Richtiges Schreiben erfordert zunächst die Gliederung in gesprochene Silben. Beispielsweise wird der Redestrom »Wir essen gut« in die Silben »Wir, es, sen, gut« gegliedert. Es folgt die Phonem-Graphem-Zuordnung. Wir sollten immer überlegen, ob das Wort so geschrieben werden kann, wie es sich nach den Silben ergibt, oder ob weitere Regeln angewendet werden müssen. Ob »gut« mit einem T geschrieben wird, erkennen wir an der Verlängerung zu »gute«. Dieser regelgeleitete Zugriff bedeutet »Nachdenken«, also einen kognitiven Aufwand. Daher geht das Schreiben am Anfang immer langsam vor sich. In anderen Fällen weiß man, wie ein Wort geschrieben wird, ohne nachdenken zu müssen, weil man es schon oft genug geschrieben hat. Das Wort ist im orthografischen Gedächtnis als Ganzheit abgespeichert. Dieser ganzheitliche Zugriff ist schnell, weil wir nicht weiter nachdenken müssen. Zum ganzheitlichen Zugriff gehört auch der idiosynkratische Bereich, Wörter deren Schreibweise man sich merken muss. Wir müssen diese Wörter immer und immer wieder üben, denn durch Regeln können wir sie uns nicht erschließen. Durch Übung wird aber auch auf die regelgeleiteten Schreibweisen zunehmend ganzheitlich zugegriffen. Beispielsweise muss man nicht mehr darüber nachdenken, dass »gut« mit »t« geschrieben wird, das Wort wird als Ganzes niedergeschrieben. Denn eigentlich möchten wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf den Inhalt dessen richten, was wir schreiben, nicht mehr auf die Orthographie. Diese sollte automatisiert sein. Da hilft nur »üben, üben, üben«. Es gibt also zwei Zugriffsformen, zwei Wege zum korrekten Schreiben. Den regelgeleiteten Zugriff und den ganzheitlichen Zugriff. Dieser enthält vor allem die idiosynkratischen Schreibweisen, aber auch regelgeleitete Schreibweisen, vor allem von sehr häufigen Wörtern. Dies ist das Zwei-Wege-Modell des Schreibens. Was bedeutet das Zwei-Wege-Modell für die Gestaltung des Unterrichts? Regelgeleitete und idiosynkratische Schreibweisen sollten im Unterricht nicht zusammen behandelt werden, sondern getrennt. Für den regelgeleiteten Bereich braucht man das Nachdenken. Damit können wir auch uns unbekannte Wörter schreiben, indem wir die Regeln anwenden. Für den idiosynkratischen Bereich braucht es Gedächtnis. Regelgeleitetes Schreiben sollte von dem Wort aus gelernt werden, das die Schreibung festlegt. Beispielsweise spricht die Teilnehmerin zuerst Blonde. Da hört sie das D und weiß somit, dass Blond auch mit D geschrieben wird. Generell hilft eine Zweisilbenform eines Einsilbenwortes, etwa der Plural, oft die richtige Schreibweise zu finden. Hört man ein Ä oder OI, sollte man immer nachdenken, ob es nicht eine Grundform mit A oder AU gibt. Bei Wälder Wald und bei Bäume Baum. Die Lernenden sollten deshalb immer wieder dazu angeleitet werden, Wortfamilien zu bilden. Wortfamilien sind Mengen von Wörtern, in denen ein bestimmtes Wort, hier zum Beispiel Wald, in verschiedenen Formen vorkommt, der Wortstamm aber gleich bleibt. So lernen sie, sich die Schreibweisen selbst herzuleiten. Wörter aus dem idiosynkratischen Bereich müssen jedes für sich gelernt und memoriert werden. Wortfamilien führen hier aber auch weiter. Das kann am Beispiel Wählen, Wahl, Wahltermin, wählerisch, wählbar, gut verdeutlicht werden, da das stumme H hier immer auftaucht. Für die Schreibung des stummen H hilft nur häufiges, wiederholendes Schreiben. Eselsbrücken oder Merkverse können hier hilfreich sein. Besonderes Gewicht sollte dabei auf schwierige oder häufige Schreibweisen gelegt werden, wie die Verwendung des V, des stummen H, des Doppel A und so weiter. Fazit, beide Arten von orthografischem Wissen sind wichtig und ergänzen sich. Das Wissen um die Regeln und das Wissen um die Ausnahmen, beide Bereiche erfordern unterschiedliche Methoden, diese sollten nicht vermischt werden. 인데요, ich liebe es, diesem Gesinn, das w Mongol leben, H aquí полезen, und dann